Am schönsten ist es ja, wenn da nicht mehr so viel Tunnel ist bis zum Licht. Heute zum Beispiel sehen wir es ganz deutlich an einem Donnerstag, der früher mal der Kinotag war mit Neustarts und Popcorn und vielen Leuten im selben Film. Das hatten wir jetzt acht Monate nicht. Stattdessen haben Digitalplattformen reichlich vom Stoff geliefert, aus dem die Träume sind. Dass heute die Kinos wieder öffneten, war also erstmal ein Lichtblick, endlich wieder Publikum reinlassen zu dürfen. Für einige Häuser könnte es aber auch das letzte Flackern der magischen Laterne sein. Christian Stichler hat heute Abend viele getroffen. Die glauben fest ans Lichtspielhaus. Nach dem Corona-bedingten Filmriss geht es nun endlich wieder los, so wie hier im Hamburger Astor. Betreiber Hans-Joachim Flebbe ist seit Jahrzehnten im Kinogeschäft, hatte einst die Cinemax-Kette gegründet. Heute ist für ihn ein Tag des Aufbruchs. Es motiviert uns natürlich alle wieder zu zeigen, wir sind wieder da. Und wir haben auch das Gefühl, unsere Mitarbeiter haben jetzt wirklich 16 Monate lang viel Zeit in der Kurzarbeit verbracht und müssen jetzt auch mal wieder ein bisschen Geld verdienen. Von einem wahren Filmstau ist die Rede, der jetzt nach und nach in die Kinos kommt. Bei den ersten Premieren mit dabei die SWR-Coproduktion Ich bin dein Mensch. Alma, gespielt von Maren Eggert, trifft auf Tom, einen Roboter mit menschlichem Antlitz. Für mich ist dieses Erlebnis so, ich gehe ins Kino und nur um diesen Film zu sehen und dann wird es dunkel und ich sitze da mit den Leuten und alle sind so ein bisschen, ich bin immer auch so ein bisschen aufgeregt dann immer noch. Ah, was kommt da jetzt? Und dann taucht man da so ein in diese Welt, in diese Geschichte. Die Konkurrenz hat die Zeit genutzt. Die Streaming-Dienste haben bedingt durch die Pandemie im vergangenen Jahr ihren Umsatz in Deutschland praktisch verdoppelt und wachsen weiter. Filmschaffende profitieren zwar von mehr Aufträgen, befürchten aber immer ähnlichere Filmstoffe. Es ist ja auch vollkommen richtig, einen Stoff machen zu wollen, der möglichst viele Leute erreichen soll. Aber wenn das das einzige Ziel ist, wenn es nur noch darum geht, möglichst allen gerecht zu werden, wird man am Ende niemandem mehr gerecht und es bleibt auf der Oberfläche. Also sollten wir auch gucken, dass wir Geschichten erzählen, die unter die Oberfläche gehen. Produzent Martin Moskowitsch liefert mit seiner Konstantin Film längst auch für die Streaming-Anbieter. Das Kino hat er trotzdem nicht abgeschrieben. Das Kino als Erlebnisort ist einzigartig. Da kommt nichts anderes ran. Und ich glaube, dass wir wahnsinnig viel verlieren würden, wenn wir nicht viel dazu tun, dass es überleben kann und überleben wird. Im Astor setzt man auf Premium-Feeling mit Bewirtung am Platz. Das Kino müsse sich sein Publikum erst wieder zurückerobern. Die Pandemie war eigentlich Werbewochen für Netflix und Amazon und ähnliche Streaming-Dienste. Wer noch kein Abo hatte, der hat sich eins besorgt. Und damit müssen wir jetzt erstmal leben im Kino. Wir müssen erstmal gucken, wie groß die Auswirkungen sind. Mit der Öffnung darf derzeit wegen der Hygieneauflagen nur maximal die Hälfte der Plätze belegt werden. Da bleibt finanziell nicht viel hängen. Das Premierenpublikum trotzdem dankbar. Es war super. Also endlich nach, ich weiß gar nicht wie vielen Monaten. Deswegen haben wir gesagt, im Grunde ist es egal, was laufen wird. Am ersten Tag sind wir dabei. Ja, es ist schon sehr ungewohnt, dass man das auch alles mit Maske und so auch eigentlich im Kino sitzen sollte. Die Branche ist sich einig. Der Start heute ist eine Art Testlauf. Richtig ernst wird es Ende September. Dann kommt der neue James Bond in die Kinos. Erst dann wird sich zeigen, ob das Kinopublikum wirklich zurückkommt.